Willkommen am Idrosee zum vierten Sicherheitstraining dieser Saison vom 4. bis zum 8. Mai, Tag 1. Los geht's, ich wünsche euch schöne Flüge. Markus mit einer Spirale. Spirale weiter. Spiele mit den Elementen. Innenbremse, Klapper aus, Bremse. Spiele weiter. Super schön. Super schön. Und gleich die andere Richtung. Ja, Markus. Lass dich reinfallen auf links. Rechts ist außen. Stütz dich ab. Lass ihn drehen. Lass ihn drehen. Lass ihn drehen. Lass dein Körpergewicht auf links innen liegen. Du bist im Hermann, Baby. Und jetzt gehst du drei Zentimeter auf die rechte Steuerleine. Führ den Schirm raus aus dieser Spirale. Schau, wo die Achse ist. Die Lara. Dort ist dein Zug. Runde zwei. Hand unten halten. Stütz dich ab mit der linken Hand. Volle Abstützen. Jetzt ist sauber dran. Jetzt holst du ihn zurück. Achte auf deine Höhe. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das ist doch Hang-Lose vom Feinsten. Hohes Niveau des Hang-Losings. Extrem Hang-Lose. Schön. Der Jens hat einen Fullstar. Der Jens hat einen halben Schlag gemacht. Die Hände gehen langsam runter auf Minimum-Speed. Und jetzt gehen die Hände in die Popo-Grübchen hinein. Lasse in den Popo-Grübchen. Lasse unten. Lasse unten. Aufpassen. Halt dich fest. Hoch die Hände. Hoch die Hände. Hoch die Hände. Genau das habe ich gemeint. Hast gemerkt, wie brutal viel Zug da überall drauf kommt. Das ist fast nicht zu halten. Alle guten Dinger. Da, wo du beim ersten Mal warst. Gut so. Jetzt geht deine Hand zum Spin. Zurück zur Außenhand. Halt dich fest. Halt dich fest. Halt dich fest. Und jetzt gehst du Millimeter für Millimeter höher. Das ist dein Fly-Back-Bereich. Und dann lässt du ihn langsam fliegen. Fliegen. Fliegen lassen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. 100 Prozent. Wahrscheinlich nicht. Links sitzen. Jawohl. Ab hier. Fängst du dann langsam an. Interessant zu werden. Da sind die Big Ears von der Melli. Hallo. Zweite Runde. Rechte Hand voll runter. Voll runter. Volle runter. Volle runter. 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 Volle runter. Leg dich nach links außen. Und aha. Und jetzt schön den Klapper. Und innen zuerst. Innen zuerst. Den Klapper halten und dann lösen. Jawohl. 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 Aufpassen. Nicht nur abreißen. Gut gemacht. Die Cordula. Viel Spaß beim Training. Wenn du dann stoppen willst. Bremst du die linke Fläche ab und lass dich nach rechts fallen. Oder mit dem flachen Stahl. Auch gut. Perfekt. Du hast super, super geil geflogen. Und ein Satt hinterher. Ja. Zieh noch ein bisschen mehr an. Wenn es geht, rechts nochmal anziehen. So ist es super geil. Uh. Juhu. 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 Hallöchen, Pupphüchen. Kann es sein, dass du nochmal nass werden willst? Ist schon mal wieder... Ja? Ich weiß, du geht nicht. Und so endet das Jiedröseetraining. Ganz herzlichen Dank für diese schönen Tage mit euch. Runde zwei. Tschüssi, warst du mal noch? Tschüssi, warst du mal noch mal? Nicht so. Schnell. Ja, das ist so schön. So, Christoph mit seinem Half-Buy-Bretter-Wurf-Projekt. Das ist egal. Wir sind in der Half-Buy-Bretter-Wurf-Projekt. Und ich würde jetzt gerne die Wasserlandung fliegen. Gute Idee. Ja, ist schon irgendwie ziemlich cool. Gute Idee. 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 Gute Idee.